herz herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Minecraft Trouble in Mineville und ja ich hoffe mal die Aufnahme wird jetzt besser als die als Part 1 also dass ich hochgeladen hab da ist es ja beide Male zwar nicht gestorben aber da kannte ich mich halt noch nicht so gut mit Trouble in Mineville aus und ja jetzt denke ich mal äh bin ich selbst auch besser geworden äh ich bin trotzdem ich bin kein VIP und hab auch keine Traitor Pisse etwas scheiße weil ich ich mag es irgendwie nicht innocent zu sein ich liebe es einfach Traitor zu sein weil ich sehe wer wer ist und ja wir zocken jetzt auf Mineville ist das glaube ich nicht die Laufbeilung noch nicht hier nach ich bin drückt sie mich spät zu diesem Zweck ist und nicht alles so wie ich es immer ordne. Und los geht's dann auch. Ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr zur Endertruhe, um dann das Eisenschwetter zu bekommen. Ich hoffe, ich bin Traitor. Ich liebe es Traitor zu sein, wie ich gerade schon gesagt habe. Weil ich da taktisch agieren kann. Und ich bin Indosent, war ja klar. Hier war doch der Tester. All to test. So, da war irgendwie jetzt was. Wieso schießt er jetzt? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Wieso her? Was wollte er denn jetzt von mir? Ich weiß jetzt schon wie dieser Thomas. Hm, was wollte er jetzt von mir? War der schon ein Tester? Super Nutzer Test. Super Nutzer Test. Super Nutzer Test. So, also. Nur mal sicher gehen. Er ist kein. Okay. Der Tommi ist jetzt auch drin. Muss ich mir merken. Und die 0021 Test. Hier, was will er? Das ist ein Traitor. Ach, dieser Andi schreibt mich zurück. Er ist hundertprozentig. Ein Traitor. Ohne Pro. Er ist auch. Also wir sind alles innocent. Okay, I go. Okay, dieser Andi hat geschrieben. Er geht. Mal gucken. Wo er jetzt ist. Okay, da ist er. Da ist er jetzt alles mal Traitor. Dann sind wir denke ich hier in dem Haus jetzt alles mal Traitor. Äh, Traitor Innocent. Und wir haben gewonnen. Jawohl. Gewonnen, 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 gewonnen. Und das war's dann auch schon. Äh, mit dieser kleinen Runde Let's Play, wenn ich mit Trouble meinen will. Äh, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wer uns abonniert. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schaut noch mal beim 100 Abonnenten Special vorbei. Wir brauchen noch ein paar Leute, die mitmachen. Wir haben bis jetzt, ich denke, äh, wie viel waren das? So, drei oder vier Teams haben wir zusammen. Wir haben ein paar mehr noch, äh, also paar Doppelteams für dieses Team Battle. Äh, für weiteres. Jetzt kommt so ein kleines Bild, wird eingeblendet fürs Intro-Video. Da klickt ihr dann einfach drauf. Und dann, äh, kommt ihr zu dem Video. Und dort gibt's dann alle weiteren Informationen. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch. Auch für die 100 Abonnenten, die wir heute geknackt haben. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.